Ihr habt mir eure Schuhe geschickt. Ich roste sie, denn ich bin Architekt und suche nach einem Sinn, morgens aufzustehen. Und der gute Brissler hat mir geschrieben, dass ich das neue Gymnasium in Bochum zerfetzen soll. Stehst du da in Dienst? Oh mein Gott, diese Dachverglasungen sind Folienkisten. Ich will nicht wissen, wie oft Schüler da ihre Zirkeler Startpfeile nach oben schießen. Bitte macht das nicht. Hä, und der andere Innenhof ist komplett mit Wasser gefüllt? Das soll irgendwie mit dem Klima helfen? Gras reicht dafür auch und man kann ihn dann sogar noch benutzen, den Innenhof. Die Krankenhausatmosphäre, komplett ohne Farben, auf jeden Fall ein Geniestreich. Das Beste ist eigentlich noch, dass alles so futuristisch gemacht ist. Aber man im Computerraum so komische viereckige Bildschirme da hinstellt. Ich gehe jetzt mit dem Fahrrad auf die Autobahn und ihr schickt mir noch mehr Schulen.